Unser prächtiges Reich wurde auseinandergerissen von Angreifern aus Frost und Flamme. Allvater, sie haben deinen Sohn. Sein Schicksal hängt in der Schwebe. Und so auch das Unsere. Oh, Gestaltwandler. Zerstörer. Täuscher. Zerstörer. 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 still ihr kinder der götter hört meine geschichte über den anfang der zeit alles war dunkel es gab keinen sand und es gab kein mehr keine erde und keinen himmel kein gras und keinen wind bis das feuer auf eis traf im weiten nichts und aus diesem schrei entstand der riese der stolze grausam getötet doch aus seinem knochen und seinem blut und seinem herrn wart die welt erschaffen die welt in der ihr lebt und kriege Ah, wir sind am Zug. Ja, und damit... Moin Leute, willkommen zu einem neuem Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar Assistance Creed Valhalla. Ich habe mir das gestern gekauft, gestern runtergeladen, kann so 8 Stunden, hat es gebraucht. Es ist ja gerade im Angebot bis zum 4. oder 5. Januar. Also wenn ihr noch ein Sparen wollt, kauft euch jetzt. Das ist ja auch ganz günstig. Und ja, ich... Mal kurz zum Optionsmenü. Nämlich bei der Grafik. Haben wir hier alles auf hoch. Sieht danach aus. Das ist nur, dass er wirklich eine bessere Bildqualität hat, wenn du in der Aufwärzung spielst. Fähigkeiten. Drüste deine Fähigkeiten im entsprechenden Menü Abschnitt aus. Finde Bücher des Wissens, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Bodenwerfen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Gegner zu Boden zu werfen. Etwa indem du sein Schild mit schweren Angriff zerbricht. Ey, ey. Wollt auch die Tipps lesen. Ich habe hier gerade eine ganze Zeit, warte mal kurz. Kann ich hier... Kurz hier... Ich habe hier die ganze Zeit so ein Scheiß-Fenster vor meiner Fresse. Exit. So. Ich habe noch nie ein Resistance Street Teil gespielt, tatsächlich. Aber ich glaube, es ist... Bis zum ersten Eindruck so etwas ähnliches wie Fable oder Dragon Age. So mein erster Eindruck. So. Oder oder nicht, ich bin ein bisschen am kränkeln. Und vor allem bin ich erst gerade aufgestanden. Ja. Aber jetzt ein Erkunden hier. Vielleicht gibt es hier was. Aber ich glaube, das Spiel muss erst noch beginnen, bevor es irgendwas... Kann ich rennen? Shift? Okay, wir kontrollen da auf, wie ich dann so. Was ist das für ein Zettel? Kann man den lesen? Nee. Ich glaube, wir müssen nach draußen, habe ich so das Gefühl, ne? Aber gravid-decklich sieht es nicht so schlecht aus. Weil das ist eigentlich ein Playstation-Spiel ist, was ja jetzt seit dem 6. Dezember auf Steam verfügbar ist. Ja. Ich bin nicht da nicht duiz. Ja. Wer bist du ja, kleine Dringer? Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja. Gut. Komm, Ava. Hörst du den Reif? Ja. Und nun, zu unserem kleinen Clan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasch ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin? Etwas so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Könnst du das für mich tun? Hm. Gut. Heute Nacht wirst du das Bannseil, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Ava. mit ihm so stolz auf dich. Ja. Ich bin so stolz auf dich. Ja, ich bin so stolz auf dich. Ja. Ich bin so stolz auf mich. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Ein Schwerd dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. kommt ja hoffen wir gleich ich tanze Denk, Rangert, spar wir dir eine für deinen König. Er ist auch dein König. Ist er, aber ich muss ihm für mein Heppichbrot kein Loblieb sehen. Hebe dein Horn mit mir, Tova. Heute Nacht schlafen wir am Feuer des Klamens. Beseh'n und müh'n. Sorge, du alter Skalde. Ich kann nicht aufhören, danke. Hier? Ich kann nicht aufhören, glaube ich. Ja, was anderes als Hänzen? Hänzen? Ich kann nicht durch, glaube ich. Oh, du hast nichts zu trinken. Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht, ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss zwei große Langschiffe sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Meht. Meht was Meht. durch meinen Hammer. Wie geht es mir? Ich kann nicht spielen. Ich spiele ja gerade. Wer denn? Uuuuh. Welchen? Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feine Details sieht. Siehst du, ich habe seinen Namen in Ruhmung eingraviert. Zeigst du es ihm? Mhm. Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skoll auf dich. Skoll! Siehst du? Sie stimmt zu. Michal ist sie nicht. Ich kann nicht spielen. Das kann ich nicht spielen. Ich kann jetzt die Kamera nicht bewegen. du? Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwebel. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Wie sind die Wachstum? Ist dir jemand drunter gefallen oder sah das wie so aus? Bis wieder mal ne Knozel. Herr, mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein. In Freundschaft und Liebe. Danke, Evo. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenroß mein Lied herklingt. Weil Odin spät und Stärke bringt. Was hältst du, wie laut ein König singt. Was hältst du, wie laut ein König singt. Was hältst du, wie laut ein König singt. Für die, die helfen sie. Und sie, die wachst. Macht euch bereit, Männer. Nur Prostel. Geh. Du nicht, Evo. Jetzt noch nicht. Geh. 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 Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Obdrasils gebrochen wurde. Der Vorhang ist gelüftet. Los! Nein! Weiter! Reite! Los! Zeig den! Mama! Sieh gut! Schild ihn! Beende das Blutvergieß! Fahr nach Walhall! Sieh gut! Nimm das Pferd! Na gut, warte ich! Ich habe dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure! Akzeptiere dein Schicksal und stürb als Feigling vor deinen Leuten! Und ich verschone den Rest! Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe... Verschone's dir! Du hast mein Wort! Nein! Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! 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 F grenade! Nein! Mach! Ah! Ah! Ja, das war ja ein Superstart für ein Let's Play. Unser Vater tut und wir mitnehmen irgendwo auf dem Eis. Was geschieht als nächstes? Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin und ciao. Sein Schicksal hängt in der Schwebel. Und so auch das unsere.